So, Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 8 von Darkseiders. Letztes Mal sind wir immer noch hier im, wie hieß der Ort schon wieder? Kathedrale, irgendeine Kathedrale, oder? Okay, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, da sie... Egal, diese Kathedrale, Kirche, was weiß ich was, wo wir Tiamat finden sollen und töten, sind wir hier immer noch weiter gerätselt. Und sind jetzt schlussendlich zu diesem Raum gekommen. Und hier haben wir einen schönen End-Boss-Fight noch gehabt, mit dem Gefängniswärter hieß, glaub dieser End-Boss. Oder Kerkermeister, oder irgendwie sowas in der Art. Ein ziemlicher Brocken war das. Aber war ein schönes Ende. Und jetzt gehen wir weiter hier mit dem, ich vermute mal das Aufzug. Müsste es sein, ja. Nach unten geht es. So. Und unser Ziel ist immer noch dasselbe hier. Weiter kommen bis zu Tiamat. Hoffentlich schaffen wir das in der Folge noch. Fände ich super. Aber, wenn hier spannende Rätsel und sowas auf mich warten, und ich es deshalb auch nicht bis dorthin schaffe, dann wäre ich da auch nicht so traurig darüber. Solange es Spaß macht. Okay, gilt. Wieso genau hat das jetzt nicht funktioniert? Das sollte doch funktionieren, hier mit dem Shuriken. ein Feuer von hier zu nehmen und auf den da zu übertragen. Oder irre ich mich hier. Hoppla, ich hab' gesagt. Hm. So, das ist das. Funktioniert das nicht? Okay, das funktioniert scheinbar jetzt nicht. Ah, an denen funktioniert's. Ja, okay, hier ist das Feuer entweder zu klein oder zu gut geschützt. Hat's hier überhaupt? Ah, hier hat's gar kein Feuer. Okay, gut. Okay, ich hab' noch eine andere Idee. Okay. Ich könnte natürlich direkt von hier rüber, aber ich kann sicher auch hier rüber und hier rüber. Und dann hätte ich die zwei auch entzündet. Das müsste zumindest... Ja, genau. Okay, jetzt hab' ich die beiden Feuer auch entzündet. Das ist natürlich... Oh Gott, schon wieder so eine... Ah, gibt. Wie? Bleib fern von mir. Wie zu... Ah, jetzt bin ich schon vergiftet, der ist richtig ekelhaft. Oh Gott. Wie sieh' doch ein paar Züge erschiebt, man. So, die sind schon mal tot. Jetzt schnell wieder weg, bevor der mich vergiftet. So. Und immer schön hier mit dem Shuriken angreifen. Genau. Weil ehrlich gesagt will ich echt nicht in die Nähe von dem kommen. Au. Der macht ordentlich Schaden. Okay, da vergebt es mich gleich. Ich will nicht mehr in seine Nähe. Kann nicht. Ich frag' mich, ob's mehr Schaden macht. Ich will... Ich frag' mich, ob's mehr Schaden macht, wenn ich... Oh Gott, schnell weg. Wenn ich... Hier erst mal das anvisiere und dann zu ihm erst gehe. So, dass er... Brennt vielleicht? Brennt er davon? Das wär' schon krass. Ne, scheint nicht der Fall zu sein. Also... Brauchen wir das nicht mehr so umständlich zu machen. Bringt ja eh nix. So. Ja, endlich. Der stirbt auch mal. Ah, immer noch eine ziemlich eklige Art, den zu töten. Muss man schon sagen. Aber der hat's sicher nicht besser verdient. Reden wir uns einfach das ein. Der hat's nicht besser verdient. So, und weil ich ein Autist bin, will ich auch noch das letzte Feuer hier anzünden. Oh Gott. So. So. Mit der Steuerung, da hab' ich's immer noch nicht so ganz im Griff. Aber... Wird, wird besser. So, hier. Money. Grab' ich doch gerne. Okay. Hier kann ich nicht weiter. Okay. Dann geht's hier rüber. Oh, oh. Im... Ja. Gut. Das hätten wir auch geklärt, diesen Konflikt. Und drüber schauen. Kann ich das jetzt... Ich glaube... Ah, doch, ich kann's. Ich hatte grad kurz gedacht, dass ich das nicht anheben kann, weil hier dieser Kristall im Weg ist. Aber... Hat doch gut geklappt. Und ich seh' schon, was ich machen muss. Ich müsste die Laternen bis da vorne anzünden und so'n Ding da hinwerfen. Wie heißen die eigentlich? Irgendwo stand schon, wie die heißen. Wie die Dinge heißen. Aber... Keine Ahnung mehr. Muss ich so sagen. Ich hab' keine Ahnung mehr, wie die heißen. Hier hin. Und jetzt... Und... Schuss! Genau. Äh... Wo ist es da? Und Schuss! Und da hab' ich noch ne Laterne gesehen, die fehlt. Die hier. Schuss. Und Trevor. Was kommt denn jetzt hier? Was soll das denn? Das kann doch nicht sein. Das ist wieder so'n Gebet. Das glaube ich nicht. Warte mal. Wo ist denn die Truhe überhaupt gekommen? Je. Ah, die ist hier. Okay. Ja. Ich glaub' ehrlich gesagt nicht, dass ich die jetzt gleich gratis kriege. Ich denke, hier kommen gleich ein paar Gegners angelaufen. Blutdurst. Diese Erweiterung stiehlt den Gegnern im Kampf das Leben und heilt Krieg gleichzeitig. Das ist ja übel geil. Was mal. Die sind das ja viel besser als hier das. Wie heißt es denn? Was ist das? So, gewährt Seelen für das Zerstören von Umgebungsobjekten mit allen Mitteln. Und was ist mit... Warte mal, mit Erd kann ich Angriffe nachschauen. Ah, hier kann ich meine Kombos nachschauen. Das ist auch cool. Aber brauche ich grad nicht. So, Kuh für Info. Okay. Hier kann ich nicht genauere Infos zu dem. Aha, nein. Ja, schade. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, hier kann ich's ausrüsten. Ah, hier. So. Gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise. Aber ich hab' ja auch schon vorher das Seelen bekommen für das Zerstören von Autos und so weiter zum Beispiel. Deswegen weiß ich nicht, ob die... dieses, äh... Was heißt das eigentlich? Diese Erweiterung, hier steht's, allzu viel bringt und Passivbonus erhöht drastisch den Schaden, der mit Umgebungswaffen verursacht wird. Ist ja schön und gut, aber ehrlich gesagt benutze ich das schon ziemlich wenig, hab' ich das Gefühl. Deswegen würde ich sagen, ich pack' das. Nein. Nein. Nein, warte mal. Kann ich das irgendwie andersrum zuweisen? Was ist... Okay. Kann ich das... Kann ich hier das abnehmen, bitte? Ich will, dass das hier hingeht. Ah, warte mal. Aha. Ich kann's sogar beidem geben. Oh nein. Oh nein. Und... Ja. Hey. Okay. Jetzt hat's irgendwie geklappt. Zu... zuweisen. Enter. Ah ja, jetzt hat's geklappt. Enter. Okay. Keine Ahnung, wie ich das grad gemacht hab', aber ich hab's irgendwie gemacht. Und jetzt holen wir noch ein bisschen mehr Info dazu. Saugt Waffenschaden auf und verwandelt diesen in Gesundheit. Okay. Sehr simpel. Und hört sich gut an. Zwar gefällt mir die Farbe im Schwert hier, das Grün nicht so sehr wie das Lila, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber anyway. Ist ja auch nicht so schlimm. Geht ja um den Zweck. Okay. Welcher Raum ist das jetzt grad, wo das hingefahren ist, oder wie ich das nenne so... Ach, scheiß doch die Wand an, Mann. Baruahe. So. Aha, jetzt wurde ich grad geheilt wegen dem Schwertangriften hier. Habe ich grad schon bemerkt. So. So. Wir kiten. Nicht denen zu nahe kommen. Das wollen wir nicht. So. So. Schön hier ausweichen allen und dann mit dem Schuriken bearbeiten. So. Den will ich noch. Genau. Schuriken aufladen und let's go. Und grad nochmal, weil es so schön war. Oh Gott, der kommt mir gefährlich nah. Aber. Gar kein Problem. Au. Okay, doch ein Problem. Oh Gott. Schnell weg. Und grad nochmal, weil es so schön war. Oh Gott, der will... Der will Stress hier. Oh. Der ist grad kurz davor einen Angriff auf mich zu machen. Entweder weiche ich dem aus oder ich drücke jetzt gleich E für den Finisher Move, weil der hat grad auch den... das Zeichen für den Finisher Move bekommen. Aber wir wurden unterbrochen, denn... Chaos Fresser hat einen Stufenaufstieg. Der Chaos Fresser ist voller Energie und seine destruktive Kraft wird immer größer. Das hört sich gut an, aber was das im Endeffekt bringt, weiß ich noch nicht. Okay. Ja, gut. Ich hab den Finisher Move gemacht. Und hat geklappt. Immer noch ziemlich unangenehm, das Ding hier alles voll zu kotzen zu sehen. Oh, alter. Sogar den Kopf kann man hier sehen. Lecker Schmecker. Vielleicht ist leider despawned. Und ich denke, wir können jetzt wieder hochgehen. Hier haben wir ja alles gemacht. Ach so. So. Natürlich. Einfach so dürfen wir nicht hochgehen. Irgendwie... Ja. Hätte man sich denken können. Ich meine, so dieser Aufzug hier ist eigentlich... Gott, wieso... Wieso funktioniert meine Sense nicht mehr? Was soll das? Der Aufzug ist ja eigentlich so der perfekte Ort für so einen Hinterhalt. Gott. Also das... Ich merke schon, das Schwert gibt's hin und wieder Leben mit so... mit dieser Erweiterung. Wo ist der andere? Okay, alle tot. Super. Ah ja, hier ist das hochgegangen. Sorry. So, jetzt haben wir hier eine zweite Säule. Hier. Die Frage ist, können wir jetzt damit schon rüber? Jawohl, das können wir. So, geschmeidig rübergeflogen. Oh Gott. Ähm. So. Gut. Aufmachen bitte. Aha. Da warten ein paar Gegner auf uns. Aber dieser große, den kennen wir ja schon. Und der ist ja eigentlich nicht allzu schwer. Auch wenn der immer so ein großes Maul hat. Au. Ja, man sollte sich einfach nicht von ihm treffen lassen. Aber er ist ja eigentlich relativ langsam. Und ich habe mich nur von ihm treffen lassen, weil ich einfach nie bin. Normalerweise sollte das nicht passieren. Oh. Oh. Oh, alter. Der Meteorerschlag war ja richtig geil. Ich konnte... Ich kann grad nicht ausweichen. Ich bin eingeklemmt. Ja, das ist ja geil. Eingeklemmt bin ich nicht allzu gerne. Oh Gott. Ich bin ernsthaft gestorben. Alter, was ein Scheiß. Okay. Jetzt seht ihr auch mal den Death-Bildschirm hier. Was ich in ziemlichen Bullshit fand. Weil ich war grad eingeklemmt von dem Ding. Ich wurde grad echt so hier bei der Kette so von dem großen Typ da eingeklemmt und konnte nicht mehr ausweichen. Das war ziemlich scheiße. Jetzt wurde ich ernsthaft wiedergesorben. Das kann doch nicht so sein. Bin ich so bad. Alter. Ich bin... Okay. Ich hatte auch schon bessere Zeiten scheinbar. Kann ich eigentlich... Hört hier mal auf. Ich frag mich, ob ich die Angriffe von dem großen hier blocken kann. Ich meine, wenn ich Autos einfach so tragen kann, dann... Von der Kraft her denke ich würde es ausreichen, um den einfach zu blocken. Ja, ich kann den nicht blocken. Okay. Schön zu wissen. Komm, komm. Ich will mal den blocken hier. Der kotzt mich doch nicht immer an. Ah, immer diese Gegner, die einen nur ankotzen. Okay. Ich kann aber keinen Block gegen Angriff machen. Also... Den stört das nicht, wenn ich blocke. Der schlägt einfach weiter. Ah, finally habe ich den auch noch besiegt. Vor allem sage ich auch noch so... Ja, der ist doch ein einfacher Gegner. Ja. Ja, habe ich gemerkt. Ist er auf jeden Fall... Nicht. Noch mehr? Ich dachte, das wäre schon das Ende. Oh Gott. Hier nimmt die Schwierigkeit auf jeden Fall langsam zu. Ah, okay. So eine schöne Kombo habe ich den verpasst. Eigentlich wollte ich den jetzt auch mit dem Klinge Geyser treffen, aber... Das habe ich nicht geschafft, leider. Ich will mal versuchen, wieviel Schaden das so macht. Ey, der fliegt sogar weg davon. Das ist ja krass. Habe ich jetzt nicht erwartet. Oh. Der konnte sich noch bewegen. Okay. Normalerweise macht er das ja nicht mehr, wenn ich den mit dem Schuriken greife. Upsala. So. Bin ich ein bisschen am konzentrieren, weil ich nicht mehr so nubig ausschauen will. Ah. Ja. Und dann verkacke ich natürlich gerade meinen Schuriken als erstes, nachdem ich das sage. Aber das seid ihr euch ja gewöhnt. In meinen Schuriken verkacke ich ja relativ oft. Ah, warte mal. Er ist gestorben. Okay. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gekillt, ohne einen Finisher-Move zu machen. Auch schön zu sehen, wie das dann aussieht. Jetzt ist es mir aufgefallen. Alter, du willst mich doch verarschen. Ah. Die regen mich doch echt auf. Au. Ja, ja, au. Geh, bitte weg. Was macht der denn so Sinn? Oh. Oh. So. Geh eine Kombination reinhauen. Au. Kann sein Ding sterben. Jawohl. So soll das sein. Gar kein Problem. Den ersten haben wir schon mal. Au. Davon sollte ich mich echt nicht mehr treffen. treffen lassen. Wieso denn es eigentlich weg? So. Ganz locker. Fast. Es ist jetzt endlich vorbei. Halleluja. Oh Gott. Das waren echt keine angenehmen Kämpfe. Okay. Ladevorgang. Das hatten wir jetzt auch das erste Mal. Aber macht ja nichts. Wohin muss ich eigentlich mit dem Schwert... Ah. Ich weiß, was wir machen müssen. Stimmt. Das war ja letzte Folge. Wir müssen dem dritten Engel dort im anderen Raum auch noch das Schwert abgeben. Also der Statue natürlich. So. Und Sprung. Genau. Hier müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Nein. Okay. Das ist es nicht. Ich muss erst auf die andere... Ich habe keine Ahnung. Wo ist das? Nein, warte. Karte. Ah ja. Hier. Auf der anderen Seite. Doch. So. Ja. Stimmt. Genau. Hier. So. Was passiert jetzt wohl? Okay. Sieht aus, als würde ich hart aufs Maul kriegen jetzt. Ah nein, doch nicht. Oder doch. Ich vermute, es kommt noch ein Kriege genau auf mich zu jetzt. Aha. Okay. Ich weiß, wo wir jetzt sind. Ja. Aber jetzt wird dieses Tor geöffnet. Aber jetzt wird dieses Tor geöffnet. Ah. Ich weiß, wo wir jetzt sind. Okay. Sehr schön. Jetzt will ich mal schauen, wie weit entfernt sind wir... Ah. Okay. Das ist die Treppe zu Tiamat. Also, wenn wir da hochgehen, kommen wir zum Bossfight. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir hier nicht den dritten Zornkern hier haben, den wir, glaube ich, vor zwei Folgen bekommen haben. Möglicherweise hat es eine Kiste oder sowas nicht gespeichert, die ich geholt habe. Ja, habe ich mir gesagt. Die dort hat es nicht gespeichert, dass ich die geholt habe. Das ist natürlich ziemlich scheiße, weil die waren echt schwer zu holen. Ach Gott, ich habe so keinen Bock, das nochmal zu machen. So, und jetzt schnell. Schnell, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Ne, das schaffe ich nicht. Doch, doch so. Jawoll. Okay, first try. Das war letztes Mal ja nicht so, als wir das gemacht haben. Finde ich jetzt echt doof, dass er das nicht gespeichert hat. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Also, hier war ein Teil der Abgrundrüstung, genau. Und hier drin war ein Zornkern, soweit ich mich erinnere. Genau. Jetzt haben wir einen Ganzen. Sehr schön. Und hier haben wir Money. Money, 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 Money. Und wenn er die nicht gespeichert... Hätt er, fuck. Wie viele Zornkerne waren da drin? Da waren, glaube ich, drei Stück drin, wenn ich jetzt schon hier zwei hab. Okay, das ist eine krasse Kiste. Ich hoffe jetzt aber, dass er die anderen Kisten, falls ich denn andere Kisten... Das war grad sowas von knapp. Falls ich denn in dieser Folge andere Kisten auch noch gesammelt hab, auch... Also, ich hoffe mal, dass er die wenigstens gespeichert hat. Also, weil es wäre ziemlich scheiße, wenn er jetzt irgendwelche Truhen hier nicht abgespeichert hätte, die ich mir eigentlich schon... ...geholt hab. Und ich... ...wüsste das ja jetzt nicht. So, bevor wir jetzt zum Endboss-Fight gehen, hier zu Tiamat... ...gehen wir erstmal raus. Denn dort... ...gibt's noch eine Kiste mit... ...also eine Truhe mit Leben... ...so dass ich für den Fight volles Leben hab. Und... ...und... ...vielleicht kann ich mir noch was geiles beim Vulgrim gönnen. Was mir beim Fight helfen könnte. Zwielichtkaterale heißt der Ort. Genau. Jetzt will ich noch ganz kurz in mein Inventar schauen. Hier. Da. Das will ich auf der 2 haben. Und das bleibt auf der 1. Genau. So finde ich nämlich, ist es viel bequemer, den... ...Klingen Geysir einzusetzen. In der Position. Ach Gottchen, jetzt sind die hier wieder gespawnt. Was für Nervensegen. Uns fehlt eigentlich nicht mehr viel für den... ...hier ist die Truhe. Für die Sense vom Tod. Man könnte sich auch die... ...ich könnte jetzt auch nix ausgeben... ...und auf die Sense vom Tod sparen. Aber... ...mal schauen. Vielleicht finde ich ja noch was dort... ...was vielleicht praktisch für den End-Boss-Fight... ...sein könnte. Weil ich vermute mal... ...dass der schon ziemlich hart wird... ...wenn ich jetzt schon Mühe hatte mit den paar... ...Minibossen in Anführungszeichen... ...grad eben. So, lieber Vulgrim, was hast du denn? Ah, er hat doch hier Sachen für die Multik... ...äh, für die... ...für unseren Shuriken. Das lese ich mir gleich mal durch. Multiklinge. Lässt die geworfene Kreuzklinge von Gegnern zu Gegner abprallen. Tut sie das nicht sowieso schon? Die Klinge. Ah, ich kann die Artefakte abgeben. Warte mal, habe ich jetzt schon genug für... ...ich habe jetzt schon genug für die Sense vom Tod? Geil. Und was mit der Schredder? Aufgeladene Angriffe mit der Kreuzklinge... ...entreißen den Feinden... ...Zornseelen. Ne, das brauche ich noch nicht. Später mal vielleicht. Ich glaube, ich hole mir jetzt echt die Sense. Ich meine, why not? Kann man doch machen. Schau mal hier noch kurz. Vielleicht ist es hier noch coole Sachen. Ne, ich hole mir jetzt echt die Totsense. Bam. Totsense. Totsense. Vernichtet mit großen Schwingen mehrere Feinde auf einmal. Außerdem entreißt sie den gefallenen Feinden mehr Seelen. Das ist ja praktisch. Hier kann ich jetzt noch ein paar Sachen... ...verbessern. Wieso könnte ich das jetzt nicht verbessern? Er fordert Totsense mit Stufe 2. Aha. Okay. Und fertig. Ah, ja, das kenne ich. Plus S plus. Luftsense. Ich glaube, die Upgrades lasse ich mal. Ich schaue mal. Vielleicht kann ich beim Schwert was machen. Kraftschlag. Ne, das ist unnötig. Schwerthaken. Erhöht die Reichweite. Teufelskreuz. Blockangriff. Dämonenschneider. Was ist denn hier auch so? Ach komm, verbessern wir hier den Schuriken. Dann machen wir das doch gleich. Ich mein, wieso nicht? Aber machen wir das, weil das Geld einfach so reicht. Jetzt will ich mal kurz schauen. Ich bescheidener Händler dir die Umschalteste. Umschalteste ist... Ah, oh. Alter. Alter. Okay, das war das, was wir gerade beim Schwert verbessert haben. Was ich davor noch nie gemacht habe, weil wir das wahrscheinlich noch nicht zur Verfügung hatten. Und das sieht verdammt krass aus. Aber wirklich legit richtig krass. Alter, was hat der für Moves drauf, man. Das ist ja insane. Das könnte ich jetzt... Das könnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Ist ja richtig geil. So, dann haben wir... Ah ja, Todsense. Wie sieht die aus? Ja, ich habe Todsense ausgerüstet. Das sehe ich richtig, oder? Nochmal schön nachchecken. Zur Sicherheit, so. Jawoll, das Todsense ist ziemlich... Ja, Todsense. Hier kann ich noch die vierte... Nein, eine dritte Waffe haben, oder wie ist das? Okay, spannend. Das sehen wir mal in der Zukunft wahrscheinlich noch. Jetzt so mitten im Fight sieht man natürlich, ich glaube, nicht so einen großen Unterschied von der zur anderen Sense. Aber... Vielleicht ja... Also optisch meinte ich. Aber vielleicht sieht man es vom Wirkungsgrad einen größeren Unterschied. Da hoffe ich natürlich drauf. So, gehen wir doch drüber. Alter. Oh Gott, ich bin so ein Nuve. Okay, wie schafft man das? Hier nicht zu springen und da in die Lava zu fallen. Oh Gott, ist das schlecht von mir. Wow. Sowas schaffe auch nur ich, glaube ich. Aber was will man machen? So, ich würde sagen, wir sind jetzt schon an die 30 Minuten drangekommen und wir beenden die Folge hier und nächstes Mal, nächste Folge geht es gerade los mit einem krassen Fight gegen Tiamat. Zumindest hoffe ich nur halt, dass es ein krasser Fight wird. Ich erwarte natürlich, dass ihr da alle zuschaltet, weil... Den Kampf zu verpassen wäre natürlich ein schreckliches Vergehen. Und ich hoffe euch hat die Folge Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Maßnahmen bis ins Unab wasuced.